Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy X und gucken wir uns jetzt um oder gehen wir dahin, wo wir hin müssen. Wir gucken uns um. Okay, okay, ist der Magenknot. Wir gucken uns nicht um, wir gehen was essen. Brauchte Tidus viel dringender. Ja, ich erinnere mich noch hier. Ich hatte leichte Erinnerungen. Schwarze Bestia. Naja, naja, wir werden sehen. Ah, der von der See. Be on guard. Es sind fienden auf der Straße heute. Nachdem Sie die Runde mit Sinnen sind, wäre es ein Schmerz, wenn etwas passiert jetzt. Wer sind sie? Luzu und Gata. Crusaders. Huh? Crews of what? What, du vergessen das auch? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders, you can ask them yourself. They got a lodge in a village. Okay. We're going weiter. They got any food there? We'll get you something over there later. Take a look around first. Let's see. The Crusaders lodge is over Yanda. Luzu und Gata sind meistens dort. Hmm. Okay. Das ist gerade zu Tiki Dane, nur anders gespielt. Die Musik im Hintergrund. Du weißt doch die Wurzeln, richtig? Natürlich habe ich nie in meinem Leben vorgebracht. Nicht, dass er das wissen würde. Ich weiß nicht, dass er das nicht vergessen hat. Hier, ich zeige dir. Go ahead, du mal. Hm. Hm. Uh-huh. Eh, nicht schlecht. Okay, jetzt geht's dich an den Tempel Summoner. Any Blitzball player would know that prayer. It was the Blitzball sign for victory. Aha. Von daher haben die Jungs das gemacht. Das ist also tausend Jahre später beten. Ich mag Sir Olehend am liebsten. Er erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Schön. Die Monster sind auch tagsüber unterwegs. Gehen lieber nicht alleine raus. Aber die Trouille nehme ich. Ich bin mal so frei. Na, wir gucken jetzt natürlich mal überall rein. Hallo. Seltsame Kleidung. Woher kommst du? Du bist neu hier im Essayt, oder? Da sagt, du seist... Ups, sorry. Da sagt, du seist, dass du mehr gekommen bist. Lutz hat es mir erzählt. Gute an den Lutz. War jetzt eher unspektakulär da drin. Äh, gehen wir mal hier rein. Guten Tag. Das ist wie so eine Indianerin. Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja, was hast du denn schönes? Du hast Potion für Nichtsfeder und Antidot. Tschüss. Ehren sie uns bei China. Oh, hi Kumpel. Mit ihr reden. Das Matrosendasein bringt viel Stress mit sich. Manchmal braucht man Ruhe. Hallo. Ops, die Aurochs, Aurochs, dieses Jahr wieder nicht weiterschaffen. Bis zur ersten Runde. Hoffentlich können sie wenigstens einen Unentschieden herausschlagen. Nein, ich bin nicht im Reden. Wir müssen rumklicken. Zur Sicherheit. Aber wie gesagt, die Musik im Hintergrund ist zu Tekidane. Eine echt beachige Version. Herrlich, herrlich, herrlich. Waka. Hallo. Lernt man jetzt hier schon Lyona kennen? Im Summoner-Tempel? Ich weiß es gar nicht mehr. Hallo. Ah, hier kann man... Oh, schlafen. Was? Ja. Ich wollte eigentlich... Es sieht eher nach einem Waffenladen aus. Aber okay. Was? Okay. Das hier ist quasi so eine Tutorial-Box. Hier sind die Betten. Da haben wir Katzen. Da haben wir einen Speicherstand. Den benutzen wir doch mal. Okay. Hallo. Hey, du! Du hast von Sin, nicht wahr? Recently, war es? Ich glaube so. Also, Sin kann nicht weit weg sein, nicht wahr? Du hast nichts, nicht wahr? Warum würde ich? Wenn Sin ist neben dem, dann wird es attacken die Isle für sicher. Aber es hat nicht. Ich wundere, warum? Entschuldigung. Ich verstehe. Ich weiß wirklich nichts. Ich weiß wirklich nichts. Ich weiß gar nicht, was die Crusaders sind. Sie sind verrückt, oder? Sin. The Toxin. Gotta. Tell him who we are. Yes, sir. The Crusaders are sworn to battle Sin. We have chapters throughout Spira, accepting all who wish to join our struggle. The hero Miehen formed the Crusaders 800 years ago as the Crimson Blades. Later, our ranks grew and we called ourselves the Crusaders. We've been fighting Sin ever since. What? You've been fighting 800 years and you still haven't beat it? Well, we've steered Sin away from towns many times. And that's all we can do. Nobody's ever been able to defeat it. Our mission as Crusaders is to protect the temples, towns, villages and people of Spira. So, then whose job is it to defeat Sin? Is Sin's Toxin really this bad, sir? It does seem rather bad. We could just tell you, but I think it better for you to try and remember. Go pray at the temple. Perhaps Yevon will help you regain your memory. Bald sehen wir auch die junge Dame mit den blauen und grünen Auge. Das heißt, bald dürft ihr eigentlich, hier war ich schon drinnen, ne? Orientierungslos, ich sag's ja. Ne, war ich nicht. Hallo? Wissen Monat haben wir die Werbel... Ne, Webereiprodukte mitsamt Schiffanzen verloren. Ja, das ist ärgerlich. Diese Beside Webereiprodukte sind von guter Qualität. Will ich einkaufen und teuer weiterverkaufen. Damit könnte ich gutes Geld verdienen. Ja, komm, ich will mit das da reden. Solange ich hier lebe, wird nichts an den Traditionen der Weberei gerettet. Nicht. Und nicht nichts. Nicht, nicht, nicht. Ähm, kann ich zufällig auch schon... Wieso? Ah! Truh! Ich nehme erstmal alles. Nehme ich. Nehme ich. Und nehme ich. Hi! Unser Dorf wurde schon etliche Male von Sin heimgesucht. Diese Bude wurde seit dem letzten Mal nicht mehr repariert. Soll mich nicht stören, ich habe ja die Truhen bekommen. So, jetzt gehen wir mal zum Tempel. Zum Tempelchen. Äh, hi! Alles klar. Du bist in aller Munde. Naja, in so einem Dörfchen spricht sich das schnell rum. Ja, ich komme aus einer Stadt. Ich weiß nicht, wie es im Dörfchen ist. Ist hier irgendwie noch was? Wir spammen hier mal die B-Taste. Offensichtlich nicht, ne. Was geht bei dir, Buddy? Irgendwie ist sein Shirt ein bisschen zu kurz. Wenn du echt betest, verschwindet das Gift. Echt wahr. Glaub mir. Das ist echt toll. Echt. Echt, echt. Da ist auch nichts. Dann bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig, als tatsächlich in den Tempel zu gehen. Tun wir das mal. Warte. Gervon ist die Stütze unseres Lebens. Ohne die Leitsätze werden wir die Angst vor Sinn nicht ertragen. Naja, stürzt euch in Religion. Die Leitsätze werden dich verletzt, zu wissen. Du hast die Leitsätze zu tun. Manará nicht die Leitsätze, das nicht erinnert. Was die Leitsätze? Am Freude. Das war dann, dass du nach dem Ort bist. Das war dann, wenn ich in diesem Ort bist. I began to realize how different this world was from my own. Ten years have passed since Lord Broska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. What's a High Summoner? I got too close to Sin's...toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny and a little sad. The Summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of the Yevon. Only a chosen few become Summoners who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men or something like that I figured. Ha. Irgendwelchen übermenschlichen Opas. Äh. Ja. Gehen wir mal hier rein. 3. In den alten Schriften steht nichts über eine Heilmethode für Sin's Gift. Wenn du von Yevon gesegnet bist, wirst du das Gift für den Gloss. Natürlich. Ja, ja. Religion. Nicht wahr? Äh. Hi. Bete. Damit du entgiftet wirst. Ja. Hi. Bitte, bitte. Lass die Arrows wenigstens ein Tor schießen. Da sieht man auch wieder, dass die Menschen für alles beten. Manche haben echte Probleme und beten dafür, dass diese Probleme beseitigt werden. Manche haben keine Probleme und beten beispielsweise für ein Bundesligaspiel. Das ist Religion. Auch wieder nichts zum Einsammeln. Okay. Dann. Ich glaube, wir werden jetzt aber Yuna treffen. Äh. Okay. Ähm. Ansonsten. Ja. Dann. Auf Wiedersehen. Ähm. Krieg ich jetzt Essen? Bitte. In der Titus. Ja. In der Titus. Und ich hab Hunger. Äh. Das war hier, oder? Hi. Sorry man. No time for lunch yet. Take a nap. You look pushed. Oh. Muss ich in die Köche. Impf die Ecke. Tja. Ich schaufe ihn. Ich schaufe ihn. steps. Ich schaufe ihn. Das war das. Ich schaufe ihn. Es ist ein Ruhm. Aber es ist. Bad ist. Vorher. Es ist. Bis jetzt. Ein Jahr schon. Vielleicht können Sie uns suchen. Die Leute suchen ihn jetzt. Danke. Wer weiß, ob er wieder kommt oder nicht. Aber er könnte sterben. Okay. Find Lenin. Do you... Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Walker? Tja, ich glaube, da haben die sich auf dem Weg zum Tempel gemacht, da Yuna, beziehungsweise eine ominöse Beschwörerin, eine ganze Weile schon im Raum der Prüfung oder Hallen der Prüfung oder was auch immer. Und er hat von seinem Daddy geträumt. Ob das seine Mutter war, weiß ich jetzt nicht mal. Oder ob es nur seine Babysitterin war, keine Ahnung. Ist etwas falsch? Der Summoner hat nicht zurück aus dem Trial. Hä? Na, der Apprentiss-Summoner, wirklich. Hä? Da ist ein Raum in da, der Kloister von Trialz. Beyond ist, wo die Apprentiss-Summoner beträgt. Wenn die Prüfung gehört, die Apprentiss-Summoner wird ein Fully-Fledged-Summoner. Erinnerst du? Uh, so jemand ist in da irgendwoher, und sie haben nicht zurückgekommen. Genau, ich verstehe. Ein Tag ist bereits über. Ist es besonders gefährlich in da? Manchmal, ja. Warum nicht in und helfen? Da gibt es bereits Gäste in da. Außerdem ist es zuerst gefährlich. Hey, aber was, wenn etwas passiert? Was, wenn der Summoner... stirbt? Die Prüfungen müssen gebeten. Wie ich lebe. Vielleicht... Das war nicht so eine gute Idee, nachher. Ich bin der Prüfung. Jener, der nach mystischen Kräften sucht, wird in den Hallen der Prüfung examiniert. Wenn der rechte Weg gefunden, wird Jener in die Kammer der Astra geführt. Untersuche mit B jene Stelle, die den Weg offenbaren. Äh, hi. 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 Wer ist denn hier? Das waren quasi jetzt immer so diese Rätsel-Tempel von Final Fantasy 10. Werden wir vermutlich noch das ein oder andere Mal sehen. Äh. Äh. Seroid der Signal auf dem Mathe weg zur Kammer der Astra. Seroid der Faktur auf dem Mathe weg zur Verbauung des Schatzes. Und dem wird ein Seroid von Beside benötigt. Okay, jetzt habe ich einen Sinn. Ja, das für zu schätzen war das doch, oder? Okay. 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 Mal sehen. Ja, hier haben wir was, äh. Nehmen wir den mal? Mussten wir den vielleicht hier einsetzen? Da. Scheint nicht so viel zu passieren. Ich lasse ihn erstmal stecken. Und ich nehme den wieder mit. Ah, doch, doch. Ah, vorbei. Das machen kann ich da nicht. Dann sollte ich eventuell den doch wieder... Was? Aber ich habe... Dann stecken wir den doch hier rein. Besser. Okay, wir sollen das an die richtige Stelle schieben. Soll der Atar in die Anfahrsposition zurück, muss man auf das Lichtsiegel treten. Ähm... Okay, dann schieben wir doch mal. Hey! Was hast du verändert? Hey, es geht's. Nur summonerinnen, apprentices'innen und ihre Konten können hierherkommen. Es ist eine Tradition. Sehr wichtig. Ich bin ein Guardian. Also, was für dich? Ich? Ich bin ein Guardian. Ein Guardian? Woh! Ah! Jungen gehen auf eine Pilgrimatur, um in jedem Tempel in Spira. Die Guardian schützen sie. Die Guardian sind da jetzt. Einer von ihnen hat eine scharfe Fuse. Und wer weiß, was die anderen denken. Nun, dass wir so weit kommen. Vielleicht gehen wir weg. Eine Chief Mint. Das Richtige tun. Wir tun das Richtige. Man muss helfen. Scheiß auf die Leitsätze. Oh, Lulu! Die war auch so hart als mein Junge war. Wie ist einer nochmal? Kamari? Kamar? Weiß ich gar nicht mehr. Was ist der Summoner? Wer bist du? Ich bin einer. Ich bin einer. Und wer weiß, was das ist? Oh, 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 oh. Ich habe es gemacht. Ich habe einen Summoner gemacht. Ich war überrascht. Und hier dachte ich, dass die Summoner alle alten Geyser waren. Niemand ist perfekt. Hey, was geht? Wie heilst du nochmal? Sag mir das mal bitte. Ich kann dich nicht ansprechen, irgendwie. Ich möchte speichern. Ich kann dich nicht ansprechen. Gute alte Walpharis. Walpharis? I had never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still, I could feel a strange kind of gentleness coming from it. I remember that night we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed for everyone, for me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. These memories are a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi guys. So what's our goal? To do our best! Victory! 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 Yeah! Victory! 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 zur nächsten Folge. Jetzt kennen wir die Juna, jetzt kennen wir Wolfaris, jetzt kennen wir die Bestia und in der nächsten Folge geht's weiter.